Die Drehstuhl-Challenge. Fünf lustige Aufgaben hab ich mir ausgedacht. Hier, hier, schnell, nach vorne. Nein. Wie heißt du eigentlich? Bumsi. Bumsi? Oh, das ist ja lustig. Ein Clown. Kennst du dieses Spiel, wenn man was hochwirft und es dann mit dem Mund auffangen muss? Ja. Oh! Tja! Ah! Oh, Gott! Oh, Gott! Nein! Steh auf! Steh auf! Steh auf! Steh auf! Nein, nein! 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 Es sind fucking 8 Grad! Nein! Kasse, dick! Los geht's! Los geht's! Und los gehen! Nein! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! By the way, jump your body!